Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Grounded. Ich bin jetzt hier an meinem Blaubeeren Märchenschloss. Naja, so ganz schloss sieht es noch nicht aus. Aber ich habe mich gestern mal ein bisschen spoilern lassen. Und zwar die liebe Gabriele hat mir einen Link zukommen lassen, wie man am besten zur Vogeltränke kommt. Es hat zwar was ein bisschen mit Hals und Beinbruch zu tun, aber ich werde es einfach heute doch noch mal probieren. Ich weiß gar nicht, was brauche ich jetzt hier nochmal? Zwei von denen, ein von denen und zwei von denen. War das richtig für die Wegmarkierung? Ich lerne es nicht. Bin ich hier richtig? Ja, Wegmarkierung. Ja super, Mensch, ich kann mir das ja doch merken. Gut. So, dann gehen wir jetzt einfach mal... Habe ich noch Gleiter? Ja, gut. Denn die brauche ich wahrscheinlich. Ich werde oft genug runterfallen und ich werde nochmal speichern. Nein, ich werde erst speichern, wenn ich am Heckenaufstieg bin. Dann gehe ich einfach mal hier rauf. Ich glaube, das mache ich... Oh. Oh. Sehr wertvoll. Honig ist... wertvoll. Warum bleibe ich hier eigentlich immer hängen? So. So, Heckenaufstieg. Wo bist du denn? Ich suche dich jedes Mal. Ich laufe auch immer mega beschissen, ne? Aber ist ja egal. Hauptsache, ich komme hin. So. Hallo, Ameise. So, nein, speichern. Jetzt speichern wir noch einmal. Überschreiben wir diesen hier. So. Gut. Dann mal los. Ich will einfach nur diese blöde Markierung wegkriegen. So, hier war ich schon eine Million Mal. So, jetzt gehen wir wieder zu dieser Seilrutsche. Und zwar einmal hier lang. Jetzt habe ich auch keine Facken dabei, falls ich zu blöd bin und einfach zu lange brauche und es dunkel wird. Gut. So, jetzt muss ich hier lang. Was? Bedrohung entdeckt? Achso, ja, die spinnen wieder. Komm, wir nehmen mal hier, ne? Was wir haben, haben wir. Okidoki. So, jetzt rutschen wir einmal hier drüber. Und dann beginnt der Spaß eigentlich erst noch. So. Ich sollte hier nochmal speichern. Quatsch. Speichern, Phantasiens. Ach ja. So. Und zwar muss ich jetzt irgendwie hier über diese Blätter um an diesen Baumstamm zu kommen. Oh Gott. Das funktioniert doch niemals, ey. Also, ich muss erst mal auf dieses Blatt. Wetten, das funktioniert nicht, aber ich kann ja wieder laden, ne? Boah. Äh. Äh. Jetzt muss ich hier runter, glaube ich. Ah. Ja, genau, das meine ich. So. Ok, pass mal auf, Ilan, nochmal. Ja. Ich habe ja netterweise gespeichert. So. Ok, also. Auf dieses Blatt kommen wir. So, jetzt muss ich doch irgendwie mich einfach fallen lassen. Ja. Wenn ich auf dieses Blatt gekommen bin, dann speichern wir nochmal. Oh, wow, wow. 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 So, jetzt speichere ich nochmal. Es tut mir so leid, meine Lieben. Ihr müsst mit mir hier schon was durchmachen. Ich weiß. So. Und wie komme ich jetzt auf dieses Blatt? Da komme ich doch niemals hin. Ich muss auf diesen Ast, verdammt nochmal. Moment. Wie hat derjenige das nochmal gemacht? Ist der hier rauf? Ist der hier rauf? Clever. Wow. Ich muss jetzt auf dieses Blatt. Irgendwie. mit Anlauf? Vielleicht. Ah! Gut. Noch bin ich nicht auf dem Wohnen. Das schafft man doch hier niemals. Kann ich jetzt hier drauf balancieren? Ich glaube, ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Äh. Wartet. Momento. Ich muss erst mal hier. Ja. Ja, 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 ja. Oh. Nein, 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 nein. Au. Okay. Ich lade nochmal. Boah, das ist so schwer. Ja, ansonsten, Leute, ähm, mache ich das erst, wenn ich meine Treppen bauen kann. Meine Leiter. Ja, aus dem neuen Update. Von dem 0.9.0 Update. Wie kommt man da rüber? Okay. Boah, ey, das ist absolut die Hölle hier. Jetzt komme ich doch hier gar nicht mehr rauf. Wartet mal, warum bücke ich mich eigentlich? Kann ich jetzt hier rauf laufen? Und wenn ich mich jetzt bücke, kann ich jetzt... Oh, die Ansicht ist so übel. Oh. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich falle. Ah, ich bin tot. Okay, Leute. Vergiss das. Ja? Vergiss das ganz einfach. Ich bin zu blöd. Ah. Gar nicht so einfach, meine Lieben. Gar nicht so einfach. So, jetzt gehen wir zu Burgl. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab einfach so die Schnauze voll. Stellt euch das mal vor. So. Aber wir, wir essen mal hier, ne? Hm. Beides halt auch. So. Okay. So, dann mal los. Na du. Komm, ich bin heute mal wagemutig. Ähm, ja. Ähm, ja. Wie man weiß, sieht. Das ist mir jetzt grad wieder runtergefallen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich werd jetzt hier einfach mal an der Mauer langlaufen. Ah. Danke. Ist so ein Honiglose, ähm, Läusehonigtau eigentlich eine Ausscheidung von so einer Laus? Oder wie produzieren die die? Ich würd's eigentlich gar nicht wissen. Eigentlich würd ich's gar nicht wissen. So, jetzt haben wir hier schon Bombis. Irgendwie sieht das hier sehr nach Spinne aus. Aber eigentlich ein cooler. Durchgang. Wenn man denn schafft, hier durchzukommen, heißt... Ach, du Scheiße. Naja, komm. Au! Ah, das ist noch eine zweite. Uah. Alter. Drei? Ist ein bisschen zu viel. Ey, was ist denn jetzt los? Du hast mich doch gar nicht getroffen, du Nase. Oha. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel, Spinne. Gottes Willen. So. Jetzt bin ich aber wenigstens wieder gleich zu Hause. Ach ja. Home, sweet home. Jetzt hab ich mich grad erschrocken. Warum qualmt das denn hier so? Das war jetzt nur mein Licht. So, dankeschön. Komm, wir machen mal hier mal ein bisschen Licht an. Denn zu braten hab ich ja nichts. So. Dann werd ich auch gleich mal hier meine... mein Bärenleder verwerten. Denn ich brauch ja noch einige davon. Ach so, Seinseile und Seegrasfaser brauch ich auch. Aha. Okay, pass mal auf. Dann machen wir erstmal die Bärenleder hier hin. So weit, so gut. Ein Seinseile und ein Seegrasdings. Ja komm, hol ich mal schnell. Seinseile und Seegras. Seinseile und Seegras. Yep. Ohne Momento. Ich bin leicht voll. Ähm... Spinne müsste hier sein. Genau. Hab ich sonst noch was von Spinnen? Nee, ne? Nee, nee, nee. Das war alles. Gut. Ähm... Komm, dann nehmen wir mal die. 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 Und... Komm, die... Nee, wartet mal. Das muss ich jetzt essen. Moment. So. Dann nehmen wir nämlich noch einmal die mit. So. Weiter geht's. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay. What? Schon wieder... Schon wieder zu wenig Ressourcen hier. Mann, 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 Mann. Okay, nächste Ladung. Ja, so ist das, wenn man nicht so viel Platz im Inventar hat. Oh, ich habe nur noch 20 von diesen Bärenledern. Das geht fix. Ja. Genau, ist denn noch einmal hier so ein schwimmendes Fundament? Hätte ich gern. Haben wir die hier mit bei? Nee, natürlich nicht. Schwimmendes Fundament. Wo bist du? Äh, wartet mal. Ist das nicht doch hierbei? Na klar ist es hierbei. Nee, Stängelbohnen. Moment mal. Schwimmendes Fundament. Ach, da. Aber einmal drehen, genau. Oh, jetzt fehlen mir zwei Seegrasfaser. Das ist doch echt... Naja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Zwei Stück brauchen wir noch. Okay. Sollten wir hinkriegen, sollten wir hinkriegen. So, dann packe ich die Reste jetzt hier wieder weg. 30 haben wir nur noch. Oh mein Gott. Wartet mal, ich räume mal hier ganz kurz ein bisschen was weg. Ach so, nee, das kann doch hier oben hin. Hm. Kleeblätter. Ach Gott, das waren doch gar keine Kleeblätter. Was mache ich denn? So. War es doch was zu futtern. Und dann haben wir hier noch ein paar Dingsbums hier. Sprösslinge. Wo habe ich jetzt eigentlich die Bärenleder alle? Ich weiß es gar nicht. Bärenleder. Wenn ich das jetzt wüsste, wo die sind. Ich glaube, die habe ich Wänden hier mit drin, oder? Ach, ich mache die jetzt einfach hier mit rein. So. Okay, dann werden wir noch mal ganz schnell. Die zwei Seegras Dingsbums hier. Faser. Okay. Perfekto. Dann haben wir die nächste Plattform. Fantastisch. Ja, hier brauche ich natürlich dann auch noch genug. So. Jetzt gehen wir mal zu Burgl. Burgl. Burgl, Burgl. Laufen wir einfach mal außen rum. Weil ich es kann. Ja, wir haben noch genau anderthalb Minuten. So, wehe. Hier ist jetzt einer. Was ist denn da? Ach so, ich dachte gerade, das wäre eine Biene. Meine Güte, ey. Diese optische Täuschung hier. Jedes Mal. Was ist hier los? Hier ist mir wieder zu viel Action. Hi. Hast du irgendwelche Aufgaben? Dankeschön. Äh, Kriegermeise. Nehmen wir. Handwerker, Trinkflasche. Okay, habe ich zwar schon hergestellt, aber gut. Schließen. So, jetzt wollte ich mal gucken. Was die neuen Sachen kosten. 6.000. Ein solider Bohnen kann man auch als Decke nutzen. Ach du Scheiße. 6.000. 6.000. Okay, das sind die Wände und die Böen. So, und wo ist jetzt die Leiter? 3,5. Oh nein. Die Leiter kostet 3,5. Ich habe nicht so viel. Ich muss wieder... Ich muss... Oh. Ich muss wieder ganz viel sammeln. Ich muss wieder ganz viel sammeln. Na gut, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen. Für eure Likes und auch für eure Kommentare. Und dann heißt es... Questen, Questen, Questen. Ja, das wurde mir auch schon gesagt. Bis ich wenigstens die Leiter mir erstmal kaufen kann. Und dann bin ich hoffentlich glücklich. Erstmal. Gut, also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.